Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal ein Video für euch, nämlich wie man ein Stirnriemen macht für die Pferdetrenze. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und muss mich im Vorfeld leider schon entschuldigen für die etwas miserable Qualität, weil wenn die Sonne nicht scheint und man nicht genug Lichtmöglichkeiten hat, dann kann das teilweise echt ganz schön schwierig werden, eine gute Qualität hinzukriegen und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video ein bisschen weiterhilft und viel Spaß! So, als erstes nehmt ihr eure sechs Stränge insgesamt doppelt bzw. eure drei Stränge doppelt, legt sie aufeinander. So könnt ihr am besten die Mitte ermitteln von den ganzen Strängen und da bildet ihr eine Lasche, wo später dann das Zaumzeug durchgeführt wird, also der Backenriemen quasi da, wo dann einfach der Stirnriemen gehalten wird. Dann vernäht ihr das Ganze, also vor der Lasche, so dass die konstant ist, dass die fest bleibt. Und wenn ihr das dann fertig genäht habt und das hält, dann sucht ihr euch von den Strängen einen aus, der am längsten ist. In meinem Fall hier ist das, genau, ist das der Helle. Und dann mache ich das wieder mit der Knotentechnik, also mit der Knotentechnik, also mit der Zielknotentechnik. Ich lege den Daumen drauf, wickel den Strang rum und für ihn, stopfe ihn durch das Loch durch, ziehe ihn fest und fertig ist der Zierknoten. Und bei dem Zierknoten solltet ihr darauf achten, dass er auch wirklich, ja, das Bandchen muss ich noch abschneiden, darauf achten, dass er wirklich über der genähten Stelle fest sitzt. Und dann könnt ihr eigentlich schon das Flechten anfangen. Je nachdem, welche Flechttechnik ihr machen wollt, könnt ihr euch aussuchen. Ja. So, wenn ihr dann fertig geflechtet habt, von oben nach unten, von einer Seite zur anderen zumindest, dann habt ihr ja so ein Ende und das müsst ihr dann ganz normal wieder vernähen und bedenkt, dass ihr am Ende auch noch Rest für die zweite Lasche braucht, also nicht komplett zu Ende nennen, bis eure ganzen Stränge aufgebraucht sind quasi. Und dann festnähen und wieder abschneiden. Diesmal hab ich's nicht vergessen. Ja, und dann habt ihr hier jetzt doppelt so viele Stränge wie davor. Ihr habt jetzt quasi sechs Stück. Zwei, vier, sechs? Ja, genau. Sechs anstatt drei. Und da schneidet ihr jetzt einfach von in jeder Farbe ein Garn ab. Am besten das kürzte. So, und den Rest, den verschmelzt ihr dann einfach mit dem Feuerzeug. Also ihr könnt das auch relativ knapp abschneiden, weil ihr das ja vernäht habt und dann dürfte sich da nichts lockern und es sitzt dann fest. Und dann könnt ihr das verschmelzen. Das sieht man dann später auch gar nicht mehr so, wenn man nicht hundertprozentig genau weiß, dass es da ist. Mit dem Feuerzeug könnt ihr das auch ein bisschen andrücken, damit es eine schönere Kante gibt. So, dann legt ihr mit dem Rest von euren Strängen, also mit den drei Strängen, dann wieder eine Schlaufe, sodass da wieder der Riemen durchpasst von der Trenze und näht ihn fest. Wenn ihr ihn festgenäht habt, sieht das Ganze ungefähr so aus. Jetzt habe ich aber das Problem bei mir, dass bei mir nicht mehr genügend Faden da ist, um diesen Zierknoten zu machen. Deswegen habe ich vorhin eines der abgeschnittenen Teile genommen, das lang genug ist und habe das aufgehoben und jetzt schneide ich die Stränge eben auch nochmal ab und verkugle sie, verschweiße sie, verschmelze sie und drücke sie mit dem Feuerzeug so ein bisschen an, dass die besser anliegen. Und jetzt mache ich diesen Zierknoten eben mit einem Strang, den ich vorher einen abgeschnitten habe. Der hat gerade so die Länge, dass es halbwegs passt, also dass ich gerade so einen Zielknoten machen kann. Habe ich nicht mitgedacht, also da müsst ihr echt aufpassen, dass eure Stränge noch lang genug sind, um später noch den Knoten zu machen. Und auch den verschweiße ich dann wieder, drücke ihn mit dem Feuerzeug ein bisschen an, damit das eine saubere Kante gibt. So, und hier ist dann euer fertiger Stirnriemen. Ist total einfach gemacht, total schnell. Wenn ihr darauf achtet, dass die Seile lang genug sind, dann wird das auch was nicht so wie im Video bei mir. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen.